Ich habe etwas für eure Weihnachtsfeiertage. Viele fahren zu den Familien und müssen dann sich irgendwie drei Tage rumbringen, ohne irgendwie total durchzudrehen. Deswegen habe ich eine YouTube-Playlist, die ich picken kann. Und zwar geht es um das Computerprogramm. Und zwar ist das der Ursprung von der BBC. Von 1981, 1982 oder sowas ist das ein Programm, was wirklich komplett für jedermann verständlich diese Sache mit diesen Mikrocomputern erklärt. Dieser Kollege hier, der da gerade auf einer Cray sitzt, der wird also erstmal schön Basic erklären und wie ist das mit den Kassettentapes, wo die Programme drauflaufen. Und sie machen einen unglaublichen Aufwand und gehen auf den Jahrmarkt und suchen sich dort die vollautomatische Drehorgel raus mit den Lochkarten und versuchen damit zu erklären, wie das mit den Daten funktioniert und mit Programmen. Und das ist schon sehr gut verständlich. Das kapiert jeder. Also muss schon eine ganz besondere Sorte von doof sein, damit du das nicht kapierst. Und das ist sehr nett gemacht. Das ist so sehr langsam. Das sind, keine Ahnung, vier, fünf Stunden wahrscheinlich von dieser ersten Staffel von dem Ding. Und nicht die hinterlöst. Nee, ganz, ganz furchtbar anzuschauen, ja. Ich finde es auch spannend, dass wir offensichtlich früher Fernsehen hatten, wo man gerade so erkennen konnte, dass es jetzt ein Mensch ist, der davor vor der Kamera ist. Also das ist hier wirklich alles ganz schöner Matsch. Aber solange der Inhalt gut ist und gut präsentiert wird, ist das hier in Ordnung. Dann haben sie hier irgendwie Mutti, die hat einen Süßwarenladen, möchte aber viel lieber jetzt Programmierer werden und Business Software schreiben für Warenwirtschaft und sowas. Und das ist, sowas hat in Deutschland definitiv gefehlt. Das ist da, aus der Sendung kam der BBC Micro raus, was so diese ganze Mikrocomputergeschichte in den 80ern für England komplett beherrscht hat. Hier war das so ein kleines bisschen der C64, aber dort ist das halt dadurch, dass das halt im Fernsehen lief und so gut erklärt war, war das wirklich ein sehr guter Einstieg für die Engländer in, naja, in Dings rein, in Basic rein. Ja, und sie schreiben dort Basic-Programme. Sie versuchen wirklich da niemanden unterwegs zu verlieren. Ich habe jetzt zwei, drei Folgen angeschaut und das ist halt super, super erklärt mit einem Riesenaufwand. Sie gehen halt einfach mal so in, einfach nur um es zu zeigen, wie das so ist, wenn so ein Ablauf von A bis Z durchläuft, gehen sie mal in eine Autofabrik, ja, weil dann kann man zeigen, so hier ist ein Schritt, wir schweißen das zusammen, nächster Schritt, wir lackieren das. Und genauso ist es halt im Basic-Programm. 10, print hello, 20, go to 10. Ja, das ist halt so eins nach dem anderen. Ja, macht aber halt voll Sinn, weil ich meine, das machst du ja heutzutage auch. Also du erklärst halt, stell dir den Algorithmus so und so vor und machst halt irgendeine Analogie. Und wenn du schon im Fernsehen bist, bevor du da jetzt jemanden hinstellst, der einfach sagt, stell dir Folgendes vor, klar, dann gehst du halt in die verdammte Fabrik, weil das BBC hatte offensichtlich die Kohle. Ja, und sie haben halt hier der eine, der spielt doof und der andere erklärt's halt und das ist wirklich, ich finde, das ist wert, sich das mal anzuschauen, wie man möglicherweise so dieser deutschen Angst vor Neuem hätte damals schon begegnen können, hat man halt verpasst. Das ist, denke ich, auch spannend für Zuhörer, die deutlich jünger sind als wir, weil das, wir haben das miterlebt. Also wir haben halt die Zeit von Basic. Ja, tatsächlich nicht. Also mir hätte sowas auch sehr weitergeholfen, weil das, das hatte ich nicht. Ja, also ich hatte niemanden, der mir irgendwen C64 erklärt hätte, außer dem Handbuch. Ja, ja, klar. Und das wäre schon, wäre schon nochmal auch was anderes gewesen. Ja, ja, aber wir hatten, wir haben halt dann damit gespielt, weil wir es halt hatten. Aber ich meine, wenn du jetzt heute, wenn, jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie heutzutage 15, dann ist halt das, 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 das schlechteste, was du mal mitbekommen hast, war halt schon irgendwie Generation iPhone und so. Also dann, das ist halt auch nochmal so ein bisschen zu verstehen, wo dieses, wo das, was man heute so hat, herkommt, ist das halt schon spannend. Also ich linke mal diese Playlist, die könnt ihr euch über Weihnachten mal anschauen. Und ich finde das, ich kannte natürlich die Geschichten irgendwie von BBC Micro und das war ein Riesending in England. Und wieso hat die BBC einen eigenen Mikrocomputer und sowas? Und daran angeknüpft die ganze englische Mikrocomputerindustrie, Punkt, 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 Armprozessor, Riesenerfolg. Ja. Also das ist ein ganz hübsches, hübsches Ding, was man sich mal anschauen kann und allgemein, was so immer. BBC aus den 80ern ist auch allgemein meistens lustig. Ja, ja. Gut, ich linke das und schaue euch das vielleicht mal an. Das ist ganz nett. So, Alex war schon dran, hat Super Mario gepickt. Ja. Frühzeitig. Richtig. Unentschuldigt. Ja. Aber Leo hat Strava heute mitgebracht. Leo, du siehst so komisch aus heute. Hast du Haare anders ge... Ähm, nein. Nein. Wozu? Den Haaren oder dass du Strava gepickt hast? Zu beidem. Achso, gut.